Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck TV mit den aktuellsten Geschehnissen auf dem Kryptomarkt. Der Bitcoin hat seit gestern über 1000 Dollar verloren und wir werden einen Blick auf den Chart werfen, weil ja heute ein Sonntag ist, wird um 2 Uhr nachts natürlich erstmal die Tageskerze abgeschlossen, aber auch die Wochenkerze, die sehr wichtig ist, werden uns interessante Bereiche und Marken anschauen, die es zu halten gilt, um dieses Momentum nach unten nicht weiter fortzuführen, weil die Bären aktuell ordentlich Druck machen nach unten hin, also sehr interessante Bereiche, werden wir uns anschauen. Dann gibt es noch interessante News, einmal zu Libra, dort soll ein Gesetzesentwurf geleakt worden sein, was sehr negativ für Facebook und Libra sein würde, darüber werden wir sprechen und warum 3,2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu Libras Coin haben werden und zu deren Finanzdienstleistung und Tether hat gestern 5 Milliarden US-Dollar gedruckt, was da genau passiert ist, darüber werden wir auch sprechen und einige kleinere weitere News und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis an die Neuen unter euch, wir haben einen Bitcoin und Krypto News Sticker hier auf Telegram, wo wir die relevantesten News und Hintergrundinformationen aus allen Nachrichtenportalen für euch zusammenstellen. Hier bleibt ihr jeden Tag auf dem Laufenden und die Community Gruppe, wo über 1500 Leute sich gegenseitig austauschen, auch dort seid ihr herzlich eingeladen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder unten als Kommentar. Schauen wir uns zunächst den Markt an, wie ihr schon direkt sehen könnt, der rote Teppich ist wieder komplett ausgerollt, der Bitcoin fällt und die Bitcoin-Dominanz steigt, das heißt die Altcoins sind richtig heftig am Bluten erneut, die Marktkapitalisierung unter 300 Milliarden US-Dollar gefallen und wie ihr schon sehen könnt, sehr viele Coins aus den Top 100, aus den Top 10, über 10% im Minus hier, Litecoin mit 11%, Ethereum mit bis zu 12% und schaut euch mal diesen Chart hier an, von Ethereum zu Bitcoin in Satoshis gesehen, der Ethereum Chart hier hat ein neues Tiefen gelegt, in 20 Monaten der tiefste Stand, den wir jetzt hier sehen können seit Dezember 2017 und das sind hier 82% drunter vom Hoch vom März 2018, also die Altcoins sind sehr sehr stark am Bluten weiterhin und das sieht man natürlich auch an der Marktdominanz, Bitcoin-Dominanz aktuell und einige verlieren aber trotzdem nicht die Hoffnung, einige Analysten schreiben trotzdem, dass Smart Money, also institutionelle Anleger zum Beispiel, irgendwann ihr Portfolio diversifizieren werden, um höhere Renditen zu erzielen, aber meiner Meinung nach ist es sehr fraglich, ob das in der nächsten Zeit trotzdem passieren wird. Ich denke mal, weil jetzt noch sehr viele Hoffnungen haben, dass irgendwann die Altseason kommt, meiner Meinung nach kann das erst geschehen, wenn wirklich die letzte Hoffnung bei den meisten verschwunden ist und dann, wenn man es eigentlich gar nicht mehr erwartet, dann kann es sein, dass eine Altseason kommt und die Smart Money dann irgendwie anstoßen, mit sehr viel Geld in die Altcoins reingehen, aber natürlich auch nicht in irgendeinen x-beliebigen Coin, das werden dann vereinzelte Fälle sein, wo es dann halt losgeht, wie zum Beispiel Ethereum, 240 Dollar, wer hätte das gedacht, vor, keine Ahnung, vor ein paar Wochen waren wir noch über 350 Dollar zwischenzeitlich, glaube ich und ja, sieht nicht sehr gut aus für die Altcoins. Im Vergleich dazu, Bitcoin schlägt sich noch ein bisschen besser, aber natürlich auch nicht wirklich prickelnd in den letzten Tagen, wieder über 1000 Dollar verloren und wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe, wird es jetzt natürlich wichtig sein, wie dieser Tag abgeschlossen wird, um 2 Uhr nachts werden die Kerzen abgeschlossen und darauf achten echt sehr, sehr viele, das sieht man auf Twitter, das sieht man bei sehr vielen Analysten und wir werden uns jetzt mal die wichtigen Punkte uns anschauen, das habe ich schon vor einer Woche bei euch, bei einem Video euch mal gezeigt gehabt, welche Marken ich da im Auge habe, einmal im Tageschart ist es dieser Tiefpunkt hier vom 1. und 2. Juli, also diese Unterstützungslinie, wo das Ganze hier abgeschlossen wurde am 1. Juli, da ist es auf jeden Fall wichtig, drüber abzuschließen um 2 Uhr nachts, das ist genau 10.570 Dollar um den Dreh und wenn wir hier drunter abschließen, könnte es weiter runtergehen, wir werden gleich mal uns anschauen, wie weit es denn wirklich runtergehen könnte, falls wir hier drunter abschließen. Im Wochenchart, falls wir da positiv abschließen wollen, also positiver als es jetzt aktuell der Fall ist, ist dieser Bereich hier wichtig, meiner Meinung nach bei 11.750 Dollar, hier dieser Abschluss von vor 2 Wochen und der Startpunkt von der letzten Woche, das ist ein wichtiger Faktor, gehen wir mal zurück auf den 4-Stunden-Chart, also diese beiden Bereiche, der Tageschart hier, diese untere Linie, wäre für mich wichtiger, weil die halt auch noch drunter liegt, aktuell sind wir halt auch unter diesem Wochenchart, Abschluss von letzter Woche oder beziehungsweise Start von letzter Woche und positiv, positiv im, relativ gesehen natürlich, wäre es, wenn wir hier drüber abschließen heute noch, es sind ja noch ein paar Stündchen bis dahin, die Bullen haben noch Zeit ein bisschen dagegen zu kämpfen, die Bären drücken weiter nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann es denn nach unten gehen, was ist meiner Meinung nach eine Supportzone in der nächsten Zeit, gehen wir mal in den Tageschart rein, da kann man meiner Meinung nach vor allem am Volumen das auch Ganze sehr gut betrachten, wenn man hier mit Fixed Range das sich ganz mal anzeigen lässt, hier mit dem Startpunkt, wo das Tief hier war, bis hier hinten hin und dann sich anguckt, wo was getradet wurde, was wir auf jeden Fall hier sehen können, ist, dass wir noch in so einem Bereich sind, wo noch vergleichsweise noch schon ein bisschen mehr getradet wurde, hier auf BitMEX zum Beispiel, aber da drunter, also ab 10.400 Dollar, hier dieser Bereich hier, dieser Bereich hier, da wurde sehr wenig getradet und meiner Meinung nach könnte es dann der Fall sein, dass wir hier in diesem Bereich, wo wir einige Tage konsolidiert sind, in 9.000 bis 9.500 Dollar, also das ist jetzt ein sehr bärisches Szenario natürlich, das sind nochmal 1.000 Dollar nach unten, aber falls wir das hier nicht halten können und dann diese Tiefs, auch diese Spikes von diesen Kärzen nicht halten können, wäre das für mich hier auf jeden Fall eine Supportzone, die man sich anschauen könnte, weil hier in dieser Zone auch ein bisschen mehr getradet wurde, als natürlich hier zwischen irgendwo, dort liegen viel mehr Orders, Leute, die long gegangen sind, werden hier ihre Stops gesetzt haben, um natürlich keine Verluste einzufahren, falls sie hier nicht schon Gewinne mitgenommen haben. Das mal als kurzes Update zum Bitcoin-Chart, einige Stunden sind ja noch hier, bis diese Kerzen hier im Tageschart und im Wochenchart abgeschlossen werden, werden wir ja mal dann sehen, wie sich das Ganze dann verhält. Dann kommen wir zu dieser Libra-Sache, hier soll ein Dokument geleakt worden sein, das haben jetzt auch einige Newsportale heute schon aufgenommen, will ich euch mal ein bisschen näher bringen, ist ein Gesetzesentwurf, soll den Titel Keep Big Tech Out of Finance heißen, also die großen Tech-Firmen von dem Finanzsektor raus halten und das soll hier ganz diskutiert werden, ist so ein Discussion-Draft und soll am 12. Juli halt geleakt worden sein, aus den Metadaten, hier kann man das hier alles lesen. Die Herkunft des Gesetzesentwurfs ist halt unbestätigt, aber die Kryptonachrichtenseite hier, The Blog hat das hier zitiert und bestätigt, dass es sich um einen Entwurf des Finanzdienstleistungskomitees der USA handelt. In dem Dokument heißt es zum Beispiel, ein großes Plattformunternehmen darf keine digitalen Vermögenswerte errichten, warten oder betreiben, die allgemein als Tauschmittel, Rechnungseinheit, Wertspeicher oder als ähnliche Funktion im Sinne der Definition des Board of Governance der Federal Reserve gilt. Heißt natürlich, wenn das wirklich so dann durchgesetzt werden sollte, ist es natürlich immer schwierig, sowas zu bewerten, wie will ein Staat das komplett verbieten. Es müsste ein sehr großes Gesetz, sehr umfangreiches Gesetz sein, das natürlich sowas komplett unterbietet. Das würde natürlich für den Libra bedeuten, dass sie ein großes Problem haben, wenn die das hier nicht weitermachen dürften. Die angebliche Gesetzesvorlage hier definiert ein großes Plattformunternehmen als ein Technologieunternehmen, das jährlich globale Einnahmen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar erzielt. Also extra jetzt hier zum Beispiel für Facebook wahrscheinlich ausgelegt. Ist schon sehr interessant, weil jetzt hier in ein paar Tagen, am 16. und am 17. Juli glaube ich, werden jetzt Anhörungen stattfinden, einmal von dem Bankenausschuss des Senats und einmal für den Ausschuss für Finanzdienstleistungen. Dort soll eine Anhörung stattfinden halt für diese Libra-Geschichte und dort sollen die halt mal ein bisschen darüber erzählen, was sie genau vorhaben. Die Politiker wollen halt hören, was da jetzt genau abgeht. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hiermit fühle ich mich wieder ein bisschen bestätigt mit meiner Aussage, dass diese Libra-Coin-Libra-Geschichte gar keine Konkurrenz zu Bitcoin steht, sondern eher ein Problem von den Staaten sein wird und nicht ein Problem von Bitcoin. Und das sehen wir jetzt immer mehr, dass immer mehr Politiker da eingreifen. Und Japan untersucht zum Beispiel auch das Ganze vor dem G7-Gipfel, will die Auswirkungen irgendwie untersuchen, was das Ganze mit sich bringen könnte. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall keine Gefahr jetzt für Bitcoin. Da muss man natürlich auch noch bedenken, das Ganze wurde ja so gelauncht, dass alle Armen der Welt, die kein Bankkonto haben, jetzt mit Libra versorgt werden. Aber genau in solchen Staaten, wo es wirklich am nötigsten wäre, haben natürlich Facebook, hatten natürlich Facebook Probleme, zum Beispiel in Indien, soll das Ganze dann gar nicht eingeführt werden. Indien mit über 1,3 Milliarden Menschen, glaube ich. Und anderen Staaten, wie zum Beispiel, hier wird das, glaube ich, aufgelistet, Weißrussland, Syrien, Nordkorea, etc., die dann dazu nochmal kommen. In China soll das nicht eingeführt werden. Das macht insgesamt 3,2 Milliarden Menschen aus und 42% der Weltbevölkerung. Und das sind eigentlich Länder, wo es sehr viele Menschen gibt, die keine Bankkonten haben und die eigentlich sowas benötigen könnten oder für die es natürlich eine Hilfe wäre, so eine Dienstleistung. Aber da sieht man natürlich, dass es erstens den Eigenschaften einer dezentralen Kryptowährung nicht gerecht werden kann, weil es natürlich auch zum Beispiel immer Sanktionen gegen irgendwelche Staaten gibt und dann darf Facebook da nicht mit kooperieren und dort nicht agieren. Und also da bestätigt sich nochmal diese Aussage, ist zwar eine Kryptowährung, vielleicht irgendwo auf dem Papier, aber jetzt nicht in Bezug auf das, was wir uns unter Kryptowährung vorstellen. Dann kommen wir zu dieser Tether-Geschichte. Wie ihr schon seht, accidentally, die haben aus Versehen 5 Milliarden USDT. gestern Nacht geprintet und da ist die ganze Krypto-Szene wieder in Erschreckung aufgewacht und da dachten, jetzt kommt ein riesen Pump für einige Minuten, ich glaube 20 Minuten, bis dann neue Posts kamen von Waylalad. Die posten ja immer, wenn große Bewegungen auf dem Markt stattfinden. Das war auf jeden Fall ein Tippfehler. Die wollten 50 Millionen von der Omni-Blockchain auf die Tron-Blockchain überführen und haben aus Versehen 5 Milliarden USDT geprintet. Also falls ihr diesen Post hier nur seht und denkt, jetzt sind 5 Milliarden nochmal neu im Umlauf, also wisst ihr Bescheid, das Ganze wird wieder zurückgezogen. Dann noch eine kurze Nachricht von Tom Lee, der Trump dankt, dass er über Bitcoin getwittert hat. Trump hat ja negativ über Bitcoin getwittert und Tom Lee, der Analyst von Fundstrand, sagt, es ist eine sehr gute Sache, weil er jetzt auf der Mainstage oder Hauptbühne ist und die Leute, die jetzt gar nicht in Bitcoin drin sind und warum auch immer Donald Trump auf Twitter folgen, werden sich trotzdem Gedanken über Bitcoin machen, ob es positiv oder negativ ist, ist dann natürlich die Frage, also negativ als ein No-Coiner zu sein, geht es ja nicht mehr. Also wer nicht investiert ist, der kann ja jetzt nicht, okay, der könnte noch shorten, weil er das gesagt hat, aber auf dem Kurs hat sich das ja eh nicht ausgewirkt. Aber das kann man natürlich auch positiv sehen und so sehen, dass der Bitcoin noch mehr Aufmerksamkeit erhält. Gute Nachrichten noch zum Ende für Litecoin. Litecoin ist jetzt offizielle Kryptowährung bei den Miami Dolphins, beim Football-Team von den Miami Dolphins und bei Heimspielen können jetzt die Leute mit Litecoin und Bitcoin zahlen, damit kooperieren die mit der Litecoin-Stiftung und dem Zahlungsdienstleister Alien Payments. Also könnte hier jemand mit Litecoin sein Bier oder Würstchen zahlen, worauf er halt Bock hat. Ob das dann wirklich so gemacht wird, ist immer natürlich die Frage, wenn die Möglichkeit da ist, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn die Leute das zum Beispiel am Stand sehen, dass da irgendwie Litecoin und Bitcoin Symbol ist, ist es natürlich nicht schlecht. Und ja, ist auf jeden Fall was Positives für Litecoin, aber auch für Bitcoin, weil die auch natürlich Bitcoin akzeptieren. Ja, das war auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Danke für die Unterstützung. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und für den YouTube-Algorithmus natürlich gerne auch Comments immer wieder gesehen. Einfach kommentieren mit eurer Meinung zu den genannten Themen. Und in der Telegram-Gruppe seid ihr natürlich auch immer wieder gern gesehen. Kommt rein und dort diskutieren wir noch ausführlicher. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.